ARD Text im Auftrag von Funk Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag und möchten dich gerne einladen, auf deinen Geburtstag anzustossen, hier bei uns im Lokal. Ohne Zwang, nichts, einfach, weil wir jetzt nicht bei dir sein können. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Bleib weit bist und wir würden uns freuen, wenn du uns zusagen für anzustossen. Merci. Hallo! Wie geht's denn? 3,4,6,6! Ich weiß nicht, was ich soll sagen. Improvisieren? Ja, ich kann es sein. Ja, du Improvisieren. Mach, ich gehe in den Mitteln hoch. Eis. Sorry! Oh, war ich Spur? Was ist das? Ich zeige mich einfach nicht, ich habe mich einfach nicht. Ich bin gerade in den Pettbeck. Ich bin gerade in den Pettbeck. Hallo. Ich weiß nicht, was ich war. Ah! Nein! Ich zeige mich einfach nicht. 3, 2, 1... Salut! Hallo! Zwei, zwei, zwei! Zwei, zwei, zwei! Was geht denn hier ab? Ich hab hier was verpasst! Ich sag gleich... Das Video-Augel bleibt sicher... Ja, genau... Da bin ich, 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 da bin ich... Also... Ich zähle von 3 auf mal runter und sage... Hallo! Ist es gut? Hallo! Ich weiss es nicht! Fui jetzt! Dritte, wir machen es nicht mal 3, also ich sage über 3 runter und dann fangen wir an... Mit was? Hallo! Ich sage Chantal oder sagen selbst? Hallo! Dich! Ah! Du hast nicht gesagt, aber... Aber du bist nicht cool! Hallo! Also... Und nachher? Nein, erzählst du! Verzählst du! Weisst du noch was? Das hast du nicht vergessen? Wir werden das halt probieren... Also... Das geht ein urschnittlich, so ein Zeug tut alles selbst... Jetzt, Konzentration! 3... 2... 1... Hallo! Wir gratulieren dir! Ja... Dankeschön! Hey, hallo! Ich muss noch Luft holen! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hallo! 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 Ich bin froh! Ich bin froh! Es ist mir! Und mich! Und mich! Und mich! Drei! Zwei! Eins! Es ist schuldig! Es ist traurig! Und ich schalte mich! Ja, ich glaube, es ist wirklich... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ich bin bereit. 3, 2, 1. Ich bin dran gelämmt. Jetzt hatte ich gerade so eine Motivation. Schuhe heisst. Ja, wie verrückt. Die Geräte sind natürlich auch noch. Es geht so. Ist gut. Dann ist es so heizig. 3. Ich weiss ein Stück Fäßig. Heizig. Das muss man anfangen. Ah. Ach Gott. Ich wollte mich nicht verlieren. Jetzt lachst du. Er ist müde. Was ist du? Ich sage jetzt nicht das. Geh zurück. Ist das traurig. Jetzt lach du. Herzlich willkommen. Bei Netz Natur. Heute schauen wir eine ganz spezielle Spezies an. Ich habe die Spezies vergessen. Aber dann machte ich auch die... Sehr spezielle Spezies. Sehr spezielle Spezies. Bitte. Bitte. Der Pinky. Der Pinky. Und der Bring. 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 Einmal mit Pofis anarbeiten. Das ist nur dich. Diese Seriosität ist einfach wie der Marsch. Ich bin auch gerade am Schauen. Welcher Marsch? Ich wusste es nicht, wo man da ist. Aber hier ist der Teppich. Das lebt mich. Ich habe den Boden um meinen Mund. Ich habe den Boden um meinen Mund. Nein! Ich glaube, ich kenne es nicht. Das sind drei Sachen. Das ist nicht normal. Ist es gut? Drei. Zwei. Eins. Hallo! Wir wünschen ihr alles Gute zum Geburtstag.